Willkommen zur zweiten Staffel des FAPS Battle-Turnier. Nachdem die erste Staffel erfolgreich verlaufen ist, starten wir hiermit in die zweite Runde und sind zuversichtlich, dass das Niveau dieser Staffel noch einmal um einiges gehoben wird. Dementsprechend starten wir voraussichtlich im Achtelfinale, also strengt euch bei euren Qualifikationen an, um angenommen zu werden. Wie könnt ihr euch nun qualifizieren? Ihr könnt alleine oder maximal in einem Team von drei Leuten teilnehmen. Benutzt werden müssen dabei Beats, welche auf diesem Kanal nicht kommerziell genutzt werden dürfen. Darauf müssen dann pro Teilnehmer bzw. Teammember mindestens 16 Bars auf den Beat gerappt werden. Das mal um reinzukommen, natürlich sicherheitshalber nicht nur die Mindestanforderungen erfüllt, steht ja außer Frage. Außerdem besteht ab der Qualifikationsphase eine Videopflicht. Ich möchte also weder Standbilder, noch Audiovisualizer, noch irgendwelches Stockfootage sehen. Recycerte Qualis werden ebenfalls abgelehnt, eure Quali muss exklusiv sein. Das erstmal zu den trockenen Randinfos. Kommen wir zum Punktesystem und das sieht aktuell wie folgt aus. Dieses sieht nämlich im Vergleich zur ersten Staffel etwas anders aus. Diesmal wird es einen Punkt Video, drei Punkte Sound, fünf Punkte Text und einen Gesamtpaketpunkt geben. Die Leistung sowie die Rundenlänge der Kontrahenten werden dabei natürlich in Relation zueinander gestellt. Diese Staffel werde ich außerdem nicht nur in der Leitung, sondern auch beim Cut, wird aber eben vor allem auch bei der Jury von den hier eingeblendeten Leuten unterstützt. Gebt bitte im Formular, auf welches ich später noch zu sprechen kommen werde, an, welcher der Jurymember von euch voreingenommen sein könnte und von dem ihr nicht bewertet werden wollt. Wir werden mit diesem natürlich aber nochmal Rücksprache halten. Wenn ihr eure Qualifikation dann aufgenommen und abgedreht habt, klickt ihr auf den ersten Link in der Beschreibung, um auf das Teilnehmerformular zu gelangen. Dieses füllt ihr bitte vollständig aus und schickt das Formular dann ab. Wie das Ganze funktioniert, ist zusammen mit den Regeln und Informationen zum Turnier im Formular beschrieben. Wenn ihr angenommen werdet, möchte ich bitte die Runden ausschließlich per E-Mail an fabbattleturnier.gmail.com Am besten in einem SIP-Archiv zusammen mit allen mitzuschickenden Materialien. Genaueres findet ihr, wie bereits erwähnt, im Teilnehmerformular. Das Preisgeld beläuft sich diese Staffel auf 300 Euro. Wie genau diese aufgeteilt werden, findet ihr ebenfalls im Teilnehmerformular oder ich blende es euch hier ein. Zusätzlich haben sich die Jungs von Okula Pictures dazu bereitgestellt, bis auf die Fahrtkosten ein kostenloses Video auf das Preisgeld für den Erstplatzierten draufzulegen, falls der Gewinner der zweiten Staffel hier ein Interesse hat. Ebenfalls wird auch der Rapper Pardu für den Sieger der Staffel einen exklusiven Beat bereitstellen. Das wären auch schon alle Informationen zur zweiten Staffel. Ich freue mich auf gute Qualifikationen und ein spannendes und motiviertes Turnier. LG Fabs, yeah, yeah.